Ich sage, das war echt das Spiel, das typische Spiel nach der zwei Wochen Landesspielpause, wo mehrere Leute unterwegs sind und natürlich kommen zurück mit verschiedenen Körperstand und das war bei uns auch genauso auf diesem Grund. Zlari hat nicht von Anfang an gespielt, weil echt Spieler ist, macht jeder Spiel von der besten Minute bis zum neunzesten, natürlich nicht nur bei uns, sondern auch im Nationalmannschaft. Und dann haben wir Verletzte. Clemens Fritz heute sich nicht nur verletzt, sondern so nicht fit gefühlt und ab diesem Grund haben wir auch kurzfristig müssen wir was entscheiden. Ich sage, dass natürlich man sieht, dass es uns in der ersten Halbzeit bzw. das richtige Feuer gefällt, dass nicht der Werder was hier wollen wir sehen. Aber natürlich, wir wissen, gegen Wem haben wir gespielt. Die Leute von Mainz natürlich, die können den Ball kontrolliert und nach vorne umschalten. Auf diesem Grund bin ich froh, dass wir echt wieder zu null gespielt und gegen so eine sehr attraktive Mannschaft gespielt. Und wenn wir jetzt diese Chancen unsere vergleichen und da können wir auch ein oder zwei Tore zählen, aber so ist Fußball. Solche Spiele kannst du auch verlieren und ab diesem Grund bin ich auch, sage ich, dass 1 zu 1 oder 0. Ich meine, jeder nimmt einen Punkt und das berichten kann. Vielen Dank.